In unserem Unternehmen der Jena Beda und Freizeit GmbH und der Salomax-Rudelstadt GmbH arbeiten mehr als 200 Menschen aus über 16 verschiedenen Nationen und Kulturen und verschiedenen Bedürfnissen friedlich und als ein Team zusammen. Diese Vielfalt macht uns so besonders, denn es ermöglicht uns, all unsere Bereiche bestehend aus Erlebnis, Spaß, Sport, Spannung, in Zeiten des Fachkräftemangels sicher und auf einem sehr hohen Niveau betreiben zu können. Im Jahr besuchen uns mehr als 1,5 Millionen Gäste. Unsere Gäste kommen aus Jena, aus Rudelstadt, aus Thüringen, aber auch weit darüber hinaus. Umso wichtiger ist es, ein toller Gastgeber zu sein und allen Menschen hier einen sicheren Ort zu bieten. Wir schließen uns der Initiative Weltoffenes Thüringen an, weil es schon immer unsere Werte vertritt und wir für Toleranz, Offenheit, Respekt und einen niveauvollen Umgang miteinander einstehen. Ich selbst wünsche mir, dass alle Menschen auch wieder einen Weg zusammenfinden und einfach ohne Hass und Hetze und einen freundlichen Umgang und einen respektvollen Umgang miteinander finden.